ja hallo du wolltest den islam jetzt annehmen ja du hast dich damit auseinandergesetzt du weißt alles was ich hab dir eben video zugeschickt ja okay ich sagte jetzt sicher davor das glaubens bekenntnis du hast das wurde auch eben noch mal erklärt was das bedeutet 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 ich bezeuge dass kein gott gibt außer dass niemand das recht hat angebetet werden außer war der ewige schöpfer lenker herrschers gesamten universums der nicht zu niemandem ähnelt und wenn ich sage ich bezeuge dass muhammad der gesamte was ist bezeuge ich damit dass schon das glaube was er gebracht hat dass ich bezeuge dass ich da also mich an die befehle und die verbote halten muss und dass ich allah so anbiete also gott so anbiete wie er es gezeigt hat okay ich sage das jetzt vor und du sprichst es nach okay mit der absicht jetzt in islam anzunehmen überzeugung und aufrichtigkeit ich sage das jetzt in islam anbietig und aufrichtig und aufrichtig und aufrichtig und aufrichtig allahu akbar mashallah super subhanallah wie bist du wie bist du dazu gekommen zum islam du kommst aus der schweiz ja marschallah super wie alt bist du denn 16 allahu akbar super ja perfekt dann hast du ja schon leute die dir auch helfen können was ich dir gleich zuschicke ich schicke dir gleich einen link zu und dann schreibst du an da kriegst du auch so wie so eine art bezeugung dass in islam angenommen was wird dir zugeschickt ja und die schicken die auch bücher als einsteiger paket sozusagen und wenn du irgendwelche fragen hast schreibt mir einfach okay wenn irgendwas ist schreibt einfach was man auch machen soll man ist am angenommen dass man eine ganzkörper waschung vornimmt also du bist jetzt ein handel der muslimen ja aber das ist auch sollte man dann auch noch dazu machen ja okay super freut mich kann ich hier noch irgendwie helfen okay falls irgendwas ist bitte schreibt mich an und bestellt den kollegen schöne grüße von mir möge allah die belohnen okay okay mach's gut assalamu alaikum salamu alaikum